Genau, einen schönen guten Tag zusammen. Ich möchte meinen Vorrednern ein Thema bestätigen oder dagegen sprechen. Der Herr Dr. Erhard hat gesprochen, dass diese Energiekosten irgendwo eine Rolle spielen. Aus eigener Erfahrung, ich habe zu Hause eine kleine PV-Anlage, ich habe eine Wärmepumpe, nicht von Striebel, Eltron. Ich habe verschiedene Sachen und einen Batteriespeicher und meine Energiekosten sind heute pro Monat bei 80 Euro und meine Einspeisevergütung bei 75 Euro. Was will ich damit sagen? Es funktioniert. Wir müssen uns am Ende des Tages auf die Reise einlassen. Ich habe mein Aussehen nicht innerhalb von wenigen Minuten verändert. Ich vertrete den Markus Hettig in dieser Präsentation. Ich selber heiße Josef Kahl. Ich bin verantwortlich für das Business Development in der Dachregion für Schneider Elektrik. Ich möchte Sie am Anfang ganz wichtig zurückholen, was denn unsere Energiewende ist, weil da drin steckt nämlich der Schlüssel, was jetzt alles passiert. Wir wollen aus dem CO2 aussteigen. Und wir wissen, dass die fossilen Energieträger rund 75 Prozent aller CO2-Emissionen darstellt. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und warum heißt das Ganze Sektorenkopplung? Wir haben diese Sektorenkopplung der elektrischen Energie, der Wärme, Wärme auch Kühlung, im Sommer wollen wir kühlen und der Mobilität. Und ich habe einmal daneben hingeschrieben, dass man ein bisschen ein Gefühl bekommt, wo was drin steckt. Dass man sich immer wieder einmal vor Augen hält, warum wir hier aus diesen fossilen Energieträgern aussteigen wollen. Was wir haben wollen, ist grüne Energie. Wenn es möglich ist, lokal erzeugte Energie. Das ist das Thema, um was es geht. Und das Ganze ist nicht zufällig in einem Rahmen drin. Das ist nämlich der Rahmen des Kyoto-Protokolls und des Paris-Abkommens. Und das ist schon 24 Jahre alt. Also überhaupt nichts Neues mehr. Wir haben vielleicht ein paar Jahre zu viel da drin verstreichen lassen. Damit sowas überhaupt funktioniert, ist eine Voraussetzung, dass es eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz gibt. Die beste Energie ist diejenige, die ich gar nicht brauche. Wenn ich dahin komme, dass ich auch mal ein bisschen in die Energieeffizienz rein investiere, dass ich nachdenke, was passiert denn jetzt gerade in meinem Gebäude, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Unverzichtbar ist auch ein echtes End-to-End-Energiemanagement. Das ist unverzichtbar. Und es ist nicht nur im Gebäude End-to-End, sondern es fängt vorne an bei der Erzeugung. Wir müssen auch die Netze entsprechend entlasten. Der Netzausbau hängt hinterher. Wir müssen schauen, dass wir diese verschiedenen Bedarfe und die Erzeugungen so geschickt, intelligent durch die Netze durchleiten, damit wir die energetische Versorgung der Gebäude, wenn wir es denn auch dann brauchen, darstellen können. Ja, und das wiederum heißt im Gebäude, wir brauchen ein aktives Lastmanagement. Lastmanagement des Prosumers natürlich rückwirkend in die Gebäude. Das Smart Meter Gateway ist hier ein ganz wichtiger Schlüssel. Das Thema des Paragraph 14a. Der Netzbetreiber ist das Nächste. Ja, und dann können wir am Ende des Tages die verschiedenen Sektoren auch zusammenkoppeln. Was passiert denn jetzt mit dem CO2-Preis? Und das ist ein Thema, das die wenigsten auf dem Schirm haben. Ich glaube, allein das, was hier passieren wird in den nächsten Jahren, erübrigt eigentlich jeden fossilen Brennstoff. Wir haben unten die grüne Linie von 25 Euro rauf auf 65 Euro, wobei 65 Euro nur tendenziell ist. Wenn ich heute anschaue, dass heute ein DIW von 180 Euro in 2030 spricht, wenn Sie die Ernst & Young-Studie anschauen, die gehen von jenseits der 200 Euro aus, dann wundert mich diese Überschrift von Statista nicht, dass Sie hinschreiben, die Bundesregierung ist wenig ambitioniert bei der CO2-Bepreisung. Und genau das wird passieren. Wir werden einen deutlich höheren CO2-Preis bereits in 26 sehen. Der wird uns ziemlich nach oben gehen. Wenn wir die Prognose von Ernst & Young glauben wollen, dann werden wir in 26 ungefähr bei dem doppelten Preis stehen, was wir heute haben. Ist es völlig unrealistisch? Ist es völlig doof? Schauen wir in die Schweiz. Heute haben wir in der Schweiz bereits 120 Franken pro Tonne CO2. Also da geht genau der Trend hin. Und umso wichtiger ist es, dass wir hier aus den Fossilen rausgehen. Ich habe mir den Spaß erlaubt, pro 100 Liter Heizöl, Diesel mal die Gebühr auf der DIW-Prognose hinzuschreiben, sind dann schon mal 51 Euro CO2-Gebühr zu den normalen Kosten, zu den normalen anderen Steuern. Und da kann man sich ausrechnen, wo wir hinkommen werden. Und dann, glaube ich, sind wir ganz schnell bei dem Verhältnis, was mein Vorsprecher Dr. Erhard gesprochen hat, dass dieses Verhältnis zu 2,4 runter soll. Da werden wir ganz schnell hinkommen. Nicht, weil der Strom billiger wird, sondern weil die anderen Energiekosten der fossilen Energieträger deutlich nach oben gehen. Wir haben aber auch Trends. Wir sehen von den Gebäudebetreibern verschiedene Sachen. Die wollen diese Dekarbonisierung. Ich habe es gerade angesprochen. Dieser beschleunigte Energieeffizienzbedarf, der ist in aller Munde. Ein bisschen flaut es wieder ab, weil die Ukraine-Krise mit der Energiekrise verknüpft ist, schon ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten. Die Energiepreise sind ein bisschen gesunken. Das flaut ein bisschen ab. Trotzdem Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit, das ist ein ganz wichtiges Thema für unsere Gebäudebetreiber, für unsere Investoren. Und auch die ESG-Ziele, mit denen müsst ihr euch mal auseinandersetzen. Die Nachhaltigkeitsziele, deren 17 kommen von der EU, richtig interessant gemacht. Das wollen die Leute. Das ist wirklich im Trend. Das ist angekommen. Das Ganze machen wir dann mit Digitalisierung und Automatisierung. Da will ich gar nicht zu tief reinkommen, weil es geht danach nochmal her. Aber ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen ja auf den Komfort nicht verzichten. Komfort ist für uns immer wieder wichtig. Und das Wohlbefinden im Gebäude. Was hilft mir? Das schönste Gebäude. Die beste Einsparung, wenn danach die Frau im Gebäude friert. Oder der Mann. Das wollen wir nicht. Wir wollen einen möglichst hohen Komfort, wie bestmöglichen Wohlbefinden. Und dann haben wir das Thema. Ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen. Diese Interaktion mit der Netzinfrastruktur ist wichtig. Da sind aber unsere Gebäude gar nicht vorbereitet drauf. Welches Gebäude ist heute in der Lage, Informationen zurückzugeben an den Netzbetreiber? Nur sehr, sehr wenige. Das wichtige Bauteil des Smart Meter Gateways ist nur bedingt ausgerollt. Es wird besser und besser. Aber trotzdem, es hängt noch ganz weit zurück. Die gute Nachricht ist, von den Technologien her selber, haben wir sehr viel. Und so können wir, wenn wir diese Sektorenkopplung ernst nehmen und wenn wir zurückdenken auf die erste Folie, wo wir uns diese CO2-Themen anschauen, dass wir sagen, wir machen eine lokale Erzeugung. Wir werden lokal speichern. Wir haben eine Mobilität mit dabei mit Lademöglichkeiten. Wir haben die Wärme und die Kälte mit dabei. Dann haben wir eine Chance, diese erneuerbaren Energien, die wir vor Ort lokal erzeugen, bestmöglich zu nutzen. Das ist zu schade. Wir bekommen ja von der Einspeisung her auch nicht so viel, im Gegensatz, was wir denn dafür bezahlen müssen. Und dadurch schaffen wir es auch, wenn wir eine möglichst hohe Eigenverbrauchsquote hinbekommen, dass wir die Energiekosten in den Griff kriegen. Wir können auch das so weit betreiben, wenn die Gebäudlichkeiten oder wenn dieses Areal groß genug ist, dass es Sinn macht, dass wir uns in ein echtes Mikrogritt begeben. Wir können das als Inselanlagen aufbauen. Ist nicht immer sinnvoll, wie klein die Einheit ist, wo sie es nicht unbedingt haben. Manche machen das im Einfamilienhaus, dass sie sagen, okay, ich möchte meinen Batteriespeicher auch als Notstromversorgung haben. Das geht dann immer ganz bedingt. Spätestens, wenn es um die Frischwasserstation geht, wenn das frische Wasser reinkommen soll, dann sind dann die Pumpen ausgefallen bei einem flächendeckenden Netzausfall. Also hilft nicht immer was. Aber wenn wir heute größere Areale haben, dann können tatsächlich solche Inselanlagen sehr viel Sinn machen. Und diese erneuerbaren Energien, dann rede ich auch von größeren Mengen, können wir entsprechend nutzen. Dass hier eingehend ein Gebäudemanagement mit einer entsprechenden Gebäudeautomation notwendig ist, ist, glaube ich, selbstsprechend. Wie gehen wir bei solchen Themen grundsätzlich vor? Das Allererste und Wichtigste ist, wir müssen uns mal Gedanken machen, was wollen wir denn am Schluss erzereichen? Also diese strategische Roadmap zur Dekarbonisierung einfach mal vor Augen führen. Was wollen wir denn überhaupt? Sie sagen immer, ja, wir Dekarbonisieren und etc. Aber was ist denn da am Schluss unsere Strategie dahinter? Das muss mal überhaupt festgelegt werden. Und der Punkt 2 geht genau zu dem Punkt 1 ergänzend mit dazu, wo stehe ich denn überhaupt? Ja, viele wissen ja gar nicht, wo wir denn heute stehen. Wir machen Blindflug in den Gebäuden. Wenn Sie heute mal mit einer Vonovia reden, wenn Sie heute mit einem Bau- und Sparverein Solungen reden, die viele, viele Gebäude im Bestand hat, der heute wissen möchte, ob ich überhaupt eine Wärmepumpe einbauen kann, und fragst du mal, wie sieht es denn mit den Daten in der Heizungszentrale aus, dann strecken die die Flügel, weil sie es nicht wissen. Wie kriegen Sie diese Daten raus? Wir müssen messen. Ohne einen bestimmten Mess- oder Datenpunkt drunter, wo wir genau wissen, wie sich das Gebäude verhält, können wir gar nicht viel anfangen. Nochmal zurückerinnernd, wir haben ja unsere elektrische Energie, Wärme, Kälte und die Mobilität zu managen. Zusammen, diese Zusammenschau. Gut, wenn wir jetzt einmal wissen, was wir denn alles, wie unsere Basis ist, dann können wir auch in die tatsächliche Überwachung reingehen. Läuft uns irgendein Prozess davon? Läuft uns irgendetwas weg, dass ich nicht mehr meine Ziele erreichen kann? Wenn ich das habe, mache ich natürlich dann meine Festlegung der verschiedenen Maßnahmen. Die Maßnahmen sind zugegebenermaßen nicht immer günstig. Ich habe ein Fallinvest. Und da sehen wir schon, diese Investitionen müssen sich irgendwo rechnen. Früher hat keiner nachgefragt, wenn er sich eine Öl- und Gasheizung eingebaut hat, ja, wann rechnet die sich? Naja, ich brauche es halt warm. Heute werden wir Wärmepumpe einbauen. Ja, wann rechnet die sich? Nach zehn Jahren immer noch nicht. Da habe ich kein Interesse dran. Irgendwo gibt es eine Diskrepanz, die müssen wir ein bisschen auflösen. Auf jeden Fall gerade bei den Zweckbauten, bei den Industriebetrieben, muss das budgetiert werden, was wir hier modernisieren. Und diese Modernisierung, das ist nicht nur getan, dass ich eine Wärmepumpe austausche. Ich werde meistens auch an der Gebäudehülle etwas machen müssen. Ich muss mir anschauen, was ich für Transmissionsverluste habe. Ich muss mir anschauen, was ich für Lüftungsverluste habe. Verschiedene Themen rein ums Gebäude muss ich mir anschauen. Und wie wird das Gebäude genutzt? Auch das muss ich mir anschauen. Und dazu sind mir diese Daten aus Punkt 2 extrem wertvoll und wichtig. Und wenn ich das weiß, dann kann ich ein Budget aufbauen, dann kann ich die Sanierungsmaßnahmen in die Gebäudehülle festlegen, in die Benutzung. Und dann kann ich entscheiden, welchen Wärmeerzeuger ich letztendlich nehme. Je nachdem, wenn ich viel Warmwasser, Brauchwasser auch brauche, macht es sogar auch Sinn, Wärme und Brauchwasser zu trennen. Ja. Wenn wir das alles erledigt haben, unsere Wärmepumpe eingebaut haben, 4 und 5 geht vielleicht dann auch parallel, dann kann ich darüber nachdenken, wie ich meine Erneuerbaren hiermit einbaue, kann ich sie selber aufs Dach draufschrauben, brauche ich vielleicht bei großen Liegenschaften einen Power-Purchase-Erkriemen, einen Grünstromvertrag, auch sowas darf man nicht außen vor lassen. Und dann als Vorletztes kommt dann die Fahrzeugflotte dazu. Wenn ich die Fahrzeugflotte im Griff habe, dann muss ich auch ein bisschen gut aufpassen, so eine Fahrzeugflotte kann aus Kostensicht ziemlich viel Ärger machen. Wenn ich mir heute eine Lastspitze durch das Laden einfange, dann kann es passieren, dass meine Netzentgelte überproportional steigen. Also muss ich wieder ein bisschen aufpassen, dass nicht alle, die in der Früh in die Arbeit kommen, um 8 Uhr ihre Autos anstecken, sondern vielleicht ein bisschen, die sind ja meistens bis Nachmittag um 15, 16 Uhr am Parkplatz, dass die ein bisschen geschickt geladen werden. Nicht alle gleichzeitig, sondern ein bisschen verteilt über den Tag. Am Abend, wenn sie heimfahren wollen, sind alle Batterien voll. Das kriegen wir hin. Aber so gemanagt, dass Lastspitzen vermieden werden. Wenn sie das dann einer Firma selber, wenn die Firma spendabel ist und die machen das dann auch für ihre Mitarbeiter, dann denken die selten an die Lastspitzen. Der Kaufmann freut sich dann, wenn die erste Abrechnung kommt. So, wenn wir diesen Weg beschrieben haben und selber letztendlich auf den grünen Weg begeben haben, dann kommt Scope 2 und 3 daher. Und das ist dann diese Festlegung der CO2-Grenzwerte der Lieferantenkette. Auch da, dann geht das Spielchen wieder vom Wandel los, können Sie als Unternehmen, als Betreuer von Zweckbau, auch Ihren Lieferanten wiederum wertvolle Tipps geben. Also ein Kreislauf, der immer größere Wellen schlagt. Wie machen wir selber diese Lösungen? Wir sehen auf der ganz rechten Seite, von Ihnen aus links, die verschiedenen Themen, von der Mobilität bis über die Wärmeerzeugung, Speicherung und Kälte, sehen wir die verschiedenen Anforderungen. Wir haben darunter jede Menge an Sensorik verbaut. Wir brauchen das. Wir können aber auch diese verschiedenen Gerätschaften direkt auslesen. Wir haben Datensammler. Wir schieben das hier on-premise, on-site in eine bestimmte Software. Die Energieleittechnik, die Gebäudeleittechnik, da werden die verschiedenen Informationen gesammelt. Da wird das Zusammenspiel der einzelnen Gewerke, der einzelnen Assets zueinander orchestriert. Die Optimierung selber findet in der Cloud statt. Und da haben wir dann ein entsprechendes Gateway. Dieses Gateway ist, man sieht es ein bisschen schlecht, mit dem Smart Meter und mit dem Grid Operator, mit dem Energiemanagement vom Netzbetreiber verbunden und nach oben wiederum in eine Optimierung, wo wir auch Themen drin haben, Börsenpreis, Wettervorschau, und, und, und. All diese Themen, um wiederum einen optimierten Fahrplan hinzukriegen. Tja, und auf diese Art und Weise können wir diesen Eigenverbrauch aus der PV-Anlage kommend optimieren. Wir können auch im Umkehrschluss nicht nur das Unsrige optimieren, sondern auch den Betrieb netzdienlich darstellen. Und das ist ganz wichtig, gerade wenn wir auf die Netzenkette hinschauen. Auf diese Art und Weise der Sektorenkopplung schaffen wir, CO2 zu reduzieren und die Energiekosten im Griff zu halten. Das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen viel gewesen. Deswegen haben wir das Ganze in einem Modellisierungsleitfaden zusammengefasst, den Sie sich auch im Nachgang, ich glaube, die Folien werden ja verteilt, anschauen können, wo diese Schritte einfach nochmal ein bisschen tiefer gehend erklärt sind, wo jeder, glaube ich, auch ganz viel Lust bekommen kann, in eine nachhaltige Welt, in eine nachhaltige Gebäudeinfrastruktur reinzuinvestieren. Vielen Dank.